Und hab zu einer neuen Folge, Craft Attack, eben keine Ahnung was die Abkürzen viele Menschen haben. Oh Gott. Oh Gott. Wo ist denn das Nether-Portal? Ich will auch. Wo bist du denn? Am Spawn, oder? Hat jemand was zu essen für mich? Kevin, hast du Essen dabei? Ey Kevin, ich glaube ich hab den geragged gerade mit dem Ball. Ja? Mega nice man, ich bin der Overskiller. Wo bist du denn genau? Kacke, Alter. Boah, kann jemand Essen mitbringen, bitte? Ich hab leider nur zwei Stacks von Kartoffeln, sorry, ich kann nicht teilen. Geht mal links in die Küche, holt euch da ein paar Würstchen ab. Beim Ziggy. Was brauchst du denn genau? Nur Quarz erstmal, oder was? Ich brauch erstmal nur Quarz. Brauchst du Quarz, Kevin? Äh, ich brauch nur die XP, die ich da rauskriege. Ja gut, wenn du Quarz mir droppst. Oh Gott, Willen, ne? Bist du jetzt Paluten geworden, oder was? Tja, ich war hier bei TubeClash. Sag mal, ich, komm mal. Aber Junge, dieser Akzent, aber ich hab den Kotz. Richtig krass. Ich bin ja bei TubeClash schon raus, das ist auch ganz schön. Ach, Schmacki, was kannst du denn eigentlich reden? Ja, ich muss, ich muss, ich muss gegen Dagi. Ja, alle haben zum Voten aufgerufen, ich wieder nicht, hab's wieder verpennt. Ja, hast du doch, oder nicht? Und jetzt muss ich gegen Dagi kämpfen. Ach, Dagi ist auch rausgewotet worden, oder was? Ja, und ich hab halt einfach so in der ersten Folge gar nichts gemacht. Deshalb war das halt so, das war so ein mega uninteressanter Auftritt. Ich komm so rein, so, hi. Ja, das war's. Voll sympathisch eigentlich. Eigentlich ganz nett, ne? Zwischendurch war ich noch voll als Arscher, hab die Leute so angeschrieben, so, Nein, wir hauen den alle auf die Fresse. Ja, war, war ganz gut. Ja, wie immer halt, ne? So wie ich bin, ja, so kennt man mich hier. Er hat nicht jemand so ne, ähm, so ne Glücksspitzhacke? Nein. Dagi B is love, Dagi B is life. Wer das liest, ist doof, okay. Wo ist das Nether-Portal denn jetzt? Hat denn jemand ne Glücksspitzhacke? Ich hab nicht mal ne Russporn. War ihr jetzt im Nether oder nicht? Wo seid ihr denn jetzt? Wir sind im Nether. Okay, ich komme. Wenn du ganz lieb und nett bist, kriegst du eine. Echt? Also ne Schelle. Hast du wirklich eine, Early Boy? Der Digga, der gibt's mehr. Der Digga, der gibt's mehr. Der Digga, der gibt's mehr. Roda, ich werd dir so armen und nacken dankbar und du weißt. Habt ihr noch ein paar Glowstones stehen lassen? Nee. Geil. Hast du alle in die Lava geworfen, ne? Einfach so. Ich such sowieso noch jemanden, der, ich baue mir so ein richtig krasses Haus und ich hab so geplant so einen Keller mit Billardtisch und so zu bauen und da kommt wieder ne Stripstange rein. Ich such halt jemanden. Interesse dann. Ich wollte es mal bei dir anfragen, Early Boy. So ein Mädchenskin anziehst und dann einfach mal ein bisschen für mich tanzt. Ich hab ein Video auf meinem Kanal, wo Kevin an der Stange tanzt. Der kann das super auch. Kevin? Was denn? Seid ihr hier langgegangen, wo du dann die Leiter runter gehst? Im Nether. Ja. Wo seid ihr denn? Im Nether. Ja oder nein, Kevin? Ja, wir sind da im Nether da an den Tunnel langgegangen. Mal die Geräusche. Und dann die Leiter runter. Genau. Leiter? 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 Wie ist denn da, ey? Der Hahnleiter. Wo ist der Hahnleiter? Wo seid ihr denn nun? Der geht nur rauf. Ein Nether. Ja ey, halt die Schaut. Ich such euch. Ich weiß nicht wo Revi ist. Ich hab den noch nicht gefunden. Ich baue hier die ganze Zeit Quarz ab. Ich bin ein Nether. Leiter. Ja, wo denn? Ja, bei der Leiter. Ja, warte. Kommst du auch hin. Ah, ich seh dich schon Revi hier. Ich bin schon... 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 Wer das? Hast du ne Luxe Pickaxe? Ne, ich hab aber ne Dia. Na gut, ist auch nicht schlecht. Wo zum Fick seid ihr? Oh, doof. Was denn? Wo seid ihr denn? Och, nix. Och, nix. Ich will mich verarscht. Wo ist denn die Leiter, man? Ah, da ist... GK, G-Time, G-Time. Kevin, hast du drei Eisen für Pickaxe? Bitte? Du leckst ein bisschen. Ich lecke gar nicht. Hast du drei Eisen für ne Pickaxe? Du leckst an meinem Schwanz. Cut. Zensur. Ey, wo ist die Leiter? Wir missen's. Ach da. Vorsicht. Ne, also kann ich schon... Pimmelarsch, fotze, wichse... Sperma-Anpack-Party sagen. Nice. Guck dir den Fagget hier an. Das hat nix. Wie viel tot hat Erlyboy? Du warst erst sechst, dann waren wir sieben voll. Halt die Schnauze. Na Leute, sorry, ne? Das ist ja hier nochmal nicht der Standard. Kevin, hast du drei Eisen für ne Pickaxe? Halt's Maul, Erlyboy. Warte, ich hab hier was für dich für ne Pickaxe. Moment. Ich hab immer noch keine Leiter gefunden. Die verarschen mich wieder mal. Eve. Ich brauch Eisen. Du musst beim Portal, ne? Revi, hier hast du meine Glück-Pickaxe. Hier, die bringt mir immer Glück. Halt's Maul, du spaßt. Ich bin schon links runter. Die hat mir vor dem Tag eins Glück gebracht. Die kommt von Link-Ping. Ich hab ne Eisen-Pickaxe, glaub ich, mit Fortune 2. Also Glück 2. Ja, wenn du die ranbringst, dann hol ich Eve ab. Drei Eisen, Kevin. Das eine hört sich erfolgreich an, das andere nicht. Kevin. Ey, was soll ich dich abholen? Kevin. 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 Was ist so Early Boy? Drei Eisen. Ja gut, ja. Ich hab keinen Eisen. Ding mit drei Eisen. Du bist genauso ner- Verpiss dich mal, du nerviger Charakter. Aus meinem Leben. Early Boy, hör! Ich tue dich gar nicht. Nerviger Charakter. Noch einen Hit und du bist tot. Das ist einfach geil. Oh, Clowstone. Da werd ich ganz anders hier. Oh! Boah! Aber, also ich bin keine Leiter runtergegangen, aber... Wie du hättest du denn, Junge? Also der Eselreiter kommt nicht gleich irgendwann, ne? Verdammter Vollidiot. Dieses... Boah! Also Kunga, der... Wollte auch noch jetzt irgendwann kommen. Cool. Ich glaub, der hat mir geschrieben. Moment. Ich dachte, dir so was zu essen mitbringen, Kevin. Wieso hast du nichts? Ja, meine Hühnerfarm ist noch ein bisschen träge, sag ich mal. Ey, iss doch mal Kartoffeln. Wie Veggie. Ich hab mal was. Ey, ich klau aber euch keine Seeds und ich trau mich nicht so weit von meinem Haus weg. Schneid das raus, bitte. Kevin, wer... Ich frag mal Revi. Revi? Wer wohnt da oben? Da oben? Wer wohnt da? Weiß ich nicht. Wer hat das fette Haus da? Devitor, keine Ahnung. Devitor ist gar nicht dabei. Ich weiß nicht, wer das gehört hat. Das ist fest. Ich weiß, es sieht aber auch geil aus. Ich weiß. Es wird das einzige Haus, was neben meinem noch halbwegs okay aussieht. Meins wird natürlich das krasse. Meins wird auch schön. Ich baue wieder ein Boot. Ah, das heisstigste, Revi. Ich baue wieder ein Boot in den Berg. Guck mal. Weil er keine Häuser bauen kann. Halt deine Fresse. Rotpilz sein Haus sah dann erstmal toll aus. Hä, Rotpilzs Haus ist gerade im Berg drin. Ein richtiger Hobbit, man. Der kann halt nur innen anrichtung. Mehr nicht. Ich weiß nur, Revi ist ein Haus, das explodiert ist. Mit dem Aufnahmen mit dem Mappedevitor. Deine Sigi ist Tine-Wittler. Der Sigi kann am besten bauen. Als Revi. Als Revi. Bei Masterbilder fassiere ich dich doch. Das weißt du doch ganz gut. Bitte halt dein Maul, okay? Hallo, das Skelettische Tod. Ich glaube, ich bin in einem anderen Nether. Kevin, wo hast du eigentlich so viele Dias her? Kannst du mir doch mal verraten. Kann es sein, dass du vielleicht in einem Nether bist, der nicht deutsch ist. In einem anderen Land. Was war das denn gerade, Alter? Richtiges Soundboard. So ein Effektboard mit den Sounds, der einspielen kann. Reviv-Grundstück innerhalb der Fackel. Wer hat nen Soundboard? Hau ab. Digga, raus! Ich seh ja kein Haus. Wie willst du mir dein Hausverbot ohne Haus erteilen? Siehst du da vorne ein Fenster? Das ist ein Haus. Soll ich dich umbringen? Ich bring dich um. Wo ist ein Fenster? Ach, da ist ein Fenster. Wohnst du da drin? Ich wohne da drin. Mit meinen Kollegen. Wie kommst du da rein? Oh! Ist das hier? Wie heißt er noch? Einer ist tot, Felix von den beiden. Ich habe ihn nicht gekillt. Der hat den anderen umgebracht, Mann. Der ist ein richtiger Killer, Mann. Der Kohlekopf. Ja. So meine Messerklinge an deinem Arno spüren. Mann, wie heißt der da nochmal? Markus! Markus! Genau, der heißt Markus. Markus! Markus! Closedown! Oh! 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 Monster Hunter! So, Kevin, wo wohnst du denn? Genau, Kevin. Äh, der Revi. Das ist nicht nett. Du spawnen hier denn ständig? Die können doch gar keine Monster mehr spawnen. Oh mein Gott. Okay, da wohnt Kevin. Oh nein, das ist doch ein Geist. Ne, das ist Spunk. Ein Geist. Ach stimmt, das ist Geist. Alter! Da bist du ein Geist. Zitat in die FLP 2015. Da bist du ein Geist. Was für ein Geist. Wann gibt's denn Minecraft Geister? Wer wohnt hier? Die, die machen immer so... Das ist Gas, nicht Geist. Ja, washt up. Das heilt. Washt up? Das heilt. Dieses Hus. Dieses Hus gefällt mir. Danke Ihnen. Ich wohne ab jetzt in diesem Haus. Nein! Bitte! Hä? Was ist das? Hast du da oben zugebaut, oder? Ja. Das ist eine geile Idee. Hier musst du so eine Oase reinmachen. Hier kommt erstmal ein Farm und dann eine Oase rein. Ich baue erstmal schön so einen Whirlpool aufs Dach. Hmmm... Da hieß mein Jacuzzi überall hin. Ins Wohnzimmer, in die Küche. Überall. Geil. Kann durch die Ha... Durchs Haus durchschwimmen, weißt du? Find ich gut. Bin ich stirb. Erschreck mich nicht so gut! Geist das gestörter Typ, Alter! Du gehst in die Klapse. Was machst du da? Brauchst du ein Netherack Pimmel oder was? Hey, was ist mit dem los? Ihr ist dir gerade roten Scheiß ab, oder was? Also ich bin auf jeden Fall in einem geilen Nether. Das heißt aber nicht, dass du ja alles vollstrennen musst, okay? Hörst du jetzt auf? Ach guck mal, da ist Kunga. Hörst du jetzt auf? Reko ist da! Hoho! 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 Ey, du hast hier so ein Opfer bei dir im Haus rumlaufen. Hallo? Ja, Revi. Kann gar nicht sein, ich bin im Nether. Oh, warte, ich hab den Job in Ruhe, das will ich schlösen. Der ist am Verrücken. Hoho! 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 Hat mich kurz verschluckt. Hör auf zu rauchen, Revi. Ich kann nicht, ich liebe rauchen, rauchen ist so lecker. Hm, wieder retten, ja, ja. Revi, kannst du Kunga hochziehen, der ist da? Ich weiß nicht, wie schwer ist der? Revi, du hast aber auch vom Hut gehabt. Warum macht Revi durchsichtig? Bei mir sind alle immer durchsichtig. Oliver spielt sie zum ersten Mal oder? Nein! Aber die Feuer haben immer noch nicht geklärt bei mir. Das ist irgendwie so ein Bug. In Minekraft. Aha! In Kraftmine. Was geht ab? Ach, nö. Niko, Alter. Niko, ist... Boah, Alter, Revi, ne? Niko, beantworte jetzt mal. Ich bin gespawnt, also gejoint, instant Creeper explodiert mit Skelettangriff. Geilo! Scheiße, wo bin ich? Aber ist schon ein bisschen... Wow, wow, wow! Stärker geworden mit den Monstern, ne? Ja, die Skeletten sind richtig nice. Ich bin mal echt gespannt auf wirklich PvP und Co. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sagen sie auch immer alle bei mir. Ahahaha! Ahahaha! Und plötzlich kommt die Mabelsuche ein. Hallo, tolles Haus. Hier ist es echt sicher. Mensch, coole Ding. Jens hat schon... Jens hat schon diese neue Pflanze. Nee, nee! Alles gut! Nein! Ja, anscheinend. Ja, nee! War das schon was du hast? Was hast du denn verfolgt? Ja, diese Beetroot. Was hast du denn verfolgt? Ach, du meinst... Ja, warum drauf? Das ist rote Beete! Hat jemand die Kotz vom Nether-Portal im Nether? Kotzform? Was ist denn eine Kotzform? Die Kotz... War schon jemand im End, oder wie? Ich hoffe nicht. Nein! Ich war schon im End. Nein! Ich doch nicht! Nein, ich aber. Bei mir läuft. Oh Gott, noch mehr Skilette! Aua! Wo ist wohl der Ausgang? Oh, da! Oh! Oh! Ich hab richtig viele Dias gefunden gestern. Ich? Oh Gott! Oh Gott! Oh mein Gott! Alter, und ich dachte schon... Ich bin der einzigste, der hier übertreibt, wird gesagt. Ich gleich dich wieder aus, Kevin. Mach dir keine Sorgen. Ich hab kein anderes Problem, du Wichser. Hilfe! Wenn dir keiner geklaut hat. Hier du Spaß, jetzt verpiss dich. Ey, wisst ihr was ein richtig lustiges YouTube-Konzept wär? Bewinst du jetzt, Kanal. Wenn immer Early und G-Time zusammen aufnehmen. Und sich immer selber nachmachen einfach. Aha! Einer sagt irgendwas, dann sagt der andere dasselbe. Ich find die hören sich überhaupt nicht gleich an. Doch, voll! Find ich auch nicht! Eis! Hey, und Lion? Kevin? Ja? Wo bist du gerade mit dem Laser schon wieder? Ich bin jetzt auf dem Rückweg. Ich hab die Spitzacke aber geholt. Nice. Dann lass mit dir machen. Hey, Revi, ich hab ne Statue gefunden! Revi, komm mal her! Ich hab ne Statue gefunden vor der Maus! Das Skelett da oben? Das bewegt dich nicht! Das bewegt dich nicht! Das bewegt dich nicht! Das bewegt dich nicht! Das ist Toad! Nee, das ist nicht Toad, das hat nur Querschnittslehmer. Das kann nicht laufen. Das ist Toad! Das ist nicht voll cool, das will ich adoptieren! Nein, das ist meins, man! Verpiss dich! Geld ist nicht hier, ne? Weil die sorgt dafür, dass ich ihn nicht verbrennen kann. Geld? Nee, der ist gerade garan. Eukalyptus. Seid ihr jetzt noch ein Netter? Ach, selber Eukalyptus, Alter. Nee, aber Kevin soll mir Bescheid sagen, wenn er da reingeht. Das ist voll cool, das Skelett! Das mag ich! Das ist mein neuer Bruder! Man kann sich aber alles freuen, ne? Ja, guck ihn dir doch an hier! Das ist super, Öllyboy. Ich renne dich an dein Leben! Das ist super. So, ich hab die Geilo-Hacke geholt jetzt. Die Geilo-Hacke für den Geilo-Nachtsmann! Ey, bald ist wieder Geilo-Nachtsmann! Denk dran, Mann! Dann kommt der Geilo-Nachtsmann und... Donnerstag ist Thanksgiving! Geilo-Nachten! Machen wir ein Event? Ein Eve-Vent? Ja, Geilo-Nacht! Event! Das war lustig! Ein Scham! Ja, nicht so scheiße! Boah, Scheiß-Skelette! Eva! Eva! Ivan, der Schreckliche! Ivan! Ja! Ivan, dabei! Ivan, die Schreckliche! Fuck, ey! Kevin, gucke mal eine Statue! Oh Gott, die Leute, die gerade bei mir zuschauen, die schlagen jetzt die Hände beim Kopf zusammen! Beamt jemand oder was? Kevin! Nee, aber wenn sie das Video hier sehen, wo ich schnell das raus... Das ist aus diesem Turban, ey! Ja, ohne Scheiß! Ich hab dafür... Nicht abbauen! Der verbrennt der! Scheiße! Das Skelett? Ja, ich hab gerade dafür gesorgt, dass es immer noch stehen bleibt! Der hat jetzt so ein Block hinterher! Guck dir das mal an! Warte, ich komm gucken! Der müsste aus Wolle sein! Dann würde das ein bisschen besser kommen, glaube ich! Ich hab keine Wolle! Dann verbrennt der, wenn ich den abbaue! Stell ihn doch in Wasser, du Idiot! Sieht aus, wenn der so einen dicken, vier-heckigen Turban anhat, ey! Der hat mir voll Mühe gegeben! Nice, Mann! Der hat richtig Hirnkrebs! Man kann ihn nicht mehr wegschieben, ne? Der drückt einen weg! Geh mal gegen den! Time to farm, Diggas! Boah, ein richtiger Schiff mit Hunter! Mir geht's ab, Alter! Scheiße! Kai von Rewins Heids Grundstück! Okay! Ich muss gucken, wo Weiß lebt! Gibt es von mir, Mann! Ich muss gucken, wo Schwarz lebt! Ich hab einfach überall Essen in der Hand! Ahaha! Geh mal gegen und zu... Geh mal!